Wie sieht es eigentlich aktuell in dem Yellow Neon Stripe Becken aus? Da hat man doch schon länger nichts mehr von gehört. Und da fliegen wir auch schon zum Yellow Neon Stripe Becken. Also zum einen müsste ich dringend gleich mal den Wasserstand ein bisschen auffüllen. Aktuell, ich habe mal die Froschleischalge hinten ein bisschen abgezupft. Das sieht schon wieder deutlich besser aus. Ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich den Rückwandfilter komplett rausschmeiß und es nur noch über die OGF Box hier laufen lasse. Die kleine Rarität hier, das Java-Fan Mini-Tryon bzw. Mini-Coral. Wächst tadellos. Auch das Moos müsste ich mal wieder ein bisschen ausdünnen. Aktuell haben wir zwei tragende Weibchen. Hier und da auch ein bisschen Nachwuchs verteilt. Meistens eher bei der Futtergabe dann unterwegs. Moment sehe ich gerade. Keine von den kleinen, aber auch in dem Becken hier alles ohne Probleme. Und ich glaube über die Bucifer Landras brauchen wir gar nicht zu sprechen, wie schön die wieder aussehen.